Shakes and Fidget Tagebuch Liebes Tagebuch Ja, Kriegertagebuch, aber das steht heute nicht so im Vordergrund denn ich hab jetzt, das wollte ich mal eigentlich noch ein bisschen aufheben aber ich hab jetzt grad irgendwie, kommen alte Erinnerungen hoch so ein geiles Thema wo zwar im Endeffekt schade ist naja, ich werd einfach mal drauf losreden und zwar hatte ich vor, mit zwei anderen Kollegen aus meiner alten Schule HTL, Höhere Technische Lehranstalt ein Browser Game zu entwickeln nachdem ich wirklich so viel über Games wusste wie der Hase läuft und wie man sie besser machen kann dachte ich mir einfach, ok, denkst du so zurück an die alte Schule, da waren ja ein paar extrem schlaue Köpfe dabei und ja, dachte ich mir, suche ich mir einen für die Programmierung ich kann nicht, also ich kann zwar ein bisschen so Webseiten programmieren und so aber keine Spiele und dass die sicher sind und so weiter und einen suchen wir uns noch so für Marketing, Design und rundherum alles so ein bisschen plus ich eben, der eine geniale Idee entwickelt und vielleicht auch die Grafiken ein bisschen machen kann so, im Endeffekt leider einige Monate nachdem dann das Konzept stand hat sehr viel Zeit gekostet, aber auch sehr viel Spaß gemacht sind wir dann irgendwie drauf gekommen, weil wir ein paar Sachen nicht beachtet haben na, das lassen wir lieber ich werd am Ende sagen auch, warum wir das Projekt dann leider in den Wind schießen mussten aber wie kam's dann eigentlich dazu so, ja, also ich hab mir das in meinem Kopf so ausgedacht wie gesagt, das war so Anfang, Mitte 2012 und eher Anfang hab ich die Leute eben angeschrieben also wir sind ganz normale Kumpels auch treffen wir uns mal wieder, gehen wir irgendwo was trinken und sie wussten schon da, ich hab irgendwas im Hinterkopf und hab ich gleich mit meiner Idee am Tisch gehauen Grund dafür, warum ich genau diese Leute ausgewählt habe die haben in der Schule, muss man eine Diplomarbeit machen und die haben auch schon vorher auch so Projekte gemacht und einen Fußballmanager entwickelt der bis auf, dass es kaum Grafiken gab, richtig top war also da konnte man einfach Fußballmannschaften praktisch wetten wer wird gewinnen, dann die verschiedenen Ligen und so weiter also das war alles top durchprogrammiert und dachte ich mir einfach, das könnte was werden und ja, hab denen eben die Idee vorgeschlagen hey, wie wär's, machen wir ein eigenes Browser-Game ich mein, mein Kanal, wenn ich das dann spielen würde und vorstellen der Erfolg wäre auf jeden Fall garantiert, wenn das Spiel gut ist muss es nur noch gut werden und ich hab das Wissen, wie Spiele wirklich Spaß machen und nicht den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und haben wir angefangen, unsere Ziele waren's man soll so richtig, die Hardcore-Spieler sollen mit 5 Euro im Monat auskommen von daher, also wir haben uns überhaupt keine Gedanken um das Geld gemacht und wie man das im Spiel dann rauslocken kann sondern zielweise eben 5 Euro im Monat und man kann alles so richtig machen oder wenn man nix zahlt, kann man auch fast alles machen aber der Anreiz sollte doch ein bisschen gegeben sein aber wie gesagt, das stand nicht so im Vordergrund sondern wir wollten einfach das in der Idee schon einfließen lassen dass es eben so läuft das Spiel sollte in ähnlicher Weise so wie Shakes & Fidget funktionieren das ist einfach das beste Beispiel, das man nennen kann für so ein Browser-Game auch eines der ersten so erfolgreichen Rollenspiel-Browser-Games also es sollte einfach so ein sein das war auch das Ziel, wo man maximal so 15 Minuten am Tag drin verbringen muss also muss unter Anführungszeichen man kann noch länger, wenn man möchte aber wenn man nur seine tägliche Aufgaben macht dann 15 Minuten wir haben uns dann direkt danach irgendwie so einmal in der Woche getroffen dann waren es größere Abstände von 2 Wochen und das war wirklich jeden Freitag dann von 12 Uhr mittags bis 8 Uhr ohne Essen, zwischendurch mal ein Kaffee dass wir nicht einschlafen und dann haben wir wirklich Spreadsheets gemacht und mit Post-its herumgetan auf riesen Plakaten und uns alles durchgedacht wir hatten auch schon die einzelnen Klassen, die einzelnen Attribute wir wollten einfach die Browser-Game-Welt praktisch revolutionieren ja, drei kleine Köpfe aber so war es bei Browser-Games wie die Stämme zum Beispiel auch das hat mit einem Studententeam angefangen und jetzt ist die Firma InnoGames eine der größten Browser-Games-Schmiede der Welt mit Grepolis und der West und ja, aber das soll nicht das Thema sein also wir waren uns dessen schon bewusst ja, haben uns dann eben regelmäßig getroffen über Monate hinweg so in etwa drei bis vier Monate bis wir dann so ein richtig, richtig geiles Konzept hatten wo wir wirklich sagen konnten oh, das ist ziemlich gut und das Konzept möchte ich jetzt kurz vorstellen und zwar also es soll auch ein Rollenspiel sein so ein bisschen im Fantasy-Stil aber das war jetzt nicht so wichtig als Hintergrundinformation aber es soll auch so ein bisschen angehaucht sein ich habe da immer das Beispiel gebracht da hat man eine Welt New York aber die heißt New York Shire zum Beispiel und da ist eben weiß nicht die Freiheitsstatue so ein bisschen Fantasy-mäßig und ein paar Anspielungen einfach auf die echte Welt und dann in New York Shire zum Beispiel wären dann da ist ja viel mit der Börse und da wird spekuliert und da sind die bösen Spekulanten irgendwelche Gegner und dann hast du eben einen Dungeon wo dann solche Gegner sind ja also im Prinzip ziemlich viel passiert auf Shakes & Fidget aber ziemlich viele Browser-Games passieren auf Shakes & Fidget so aber man klickt jetzt zum Beispiel in die Taverne hat aber keine Taverne sondern das ist die Weltkarte sagen wir jetzt mal und dann kommt man auf so eine Karte wie in MOAPGs kann man sich das vorstellen die Weltkarte eines MOAPGs und dann hat man 5 Gebiete Maximallevel ist 50 und ja logisch 1 bis 10 dann 11 bis 20 und so weiter 5 Gebiete und dann noch ein 6es Gebiet nur für die 50er was heißt nur für die 50er ja Level 50 wäre unser Maximallevel gewesen das heißt wir wollten kein Spiel wo man unendlich unendlich weiter spielt sondern Level 50 Maximallevel das dauert zwar so wir haben gesagt so in etwa 1 Jahr soll das dauern für wenn man wirklich jeden Tag alles macht soll man in einem Jahr Maximallevel sein aber am Maximallevel ist noch nicht Schluss aber ich komme wieder zur Karte zurück dann hat man eben seine 5 Gebiete und klickt eines davon an wo man eben jetzt entsprechend ist wenn ich jetzt sagen wir mal ich bin Level 30 gehe ich vielleicht noch ins niedrigere Gebiet Level 11 bis 20 kann ich da auch noch rein und hab dann hier bin dann praktisch so wie in einer Taverne aber ich sehe dann zum Beispiel jetzt in New Yorkshire kann vielleicht die Freiheitsstatue anklicken und diese putzen so wie die Stadtwache ist das dann praktisch die Arbeit und ich kann in jeder Zone irgend sowas machen um zu arbeiten in der einen Zone bekomme ich die normale Währung die ist Gold in der anderen vielleicht sogar die Premium Währung die nennt sich Platin beziehungsweise nicht nennt sich sondern wir haben das Projekt ja schon gecancelt da kann man zum Beispiel für 10 Stunden dann 5 Platine arbeiten also dass man auch als Nicht-Premium-Spieler ganz langsam die Premium Währung bekommen kann aber ja wer das ohne Platin macht sondern mit Gold ist natürlich mehr im Vorteil oder man arbeitet für Erfahrungspunkte in der nächsten Zone und spielt eben mit jeder Zone was frei so da habe ich die Freiheitsstatue eben die kann ich dann putzen und bekomme für jede Stunde irgendeinen Lohn dann steht da aber noch irgendwo ein Gebäude herum dort bekomme ich immer verschiedene Quests mit verschiedenen Gegnern und dann gibt es vielleicht noch irgendetwas wo ich trainieren kann und meine Attribute steigern sich dann und das heißt ich habe praktisch nicht nur so wie in Shakespeare eine Taverne sondern viele verschiedene in einer Zone spielt man dann vielleicht den Spiegel der Verwandlung frei da kann man sich dann immer sein Aussehen verändern in der anderen Zone ist dann vielleicht ein spezieller Händler und dann hat man ja 100 Aktionspunkte haben wir es genannt und die kann man also man merkt schon mir geht so richtig die Puste aus es gibt so ich könnte locker drei Stunden über unser Browser Game reden wir hatten einfach so viele Ideen es war einfach so krass einfach nur ja gut dann hat man die die Aktionspunkte und zwar 50 pro Tag von Haus aus und dann kann man sich noch 50 dazu kaufen also mit Premium oder das ist aber ziemlich teuer auch mit Gold aber man kann eben auch voll spielen ohne Premium das heißt es werden dann so in etwa 100 Minuten die man an Quests braucht das System wäre in etwa gleich wie in Shakes and Fidget am Ende ist dann ein Gegner manchmal ist auch kein Gegner das ist vielleicht praktisch eine Sammelquest und dann ist ein anderes Hintergrundbild ja und dann gibt es noch in jeder Zone einen Dungeon also haben wir jetzt in New Yorkshire dann noch irgendwo vielleicht einen Kanaldeckel und da komme ich dann in die Kanalisation des Grauens und habe dort verschiedene Dungeon Gegner aber und jetzt kommt das Wichtigste das Dungeon System die Ideen kamen hauptsächlich von mir weil die anderen zwei eher League of Legends Diablo und so spielen aber da hatte ich einfach so geile Ideen wie man ein Dungeon System revolutionieren kann und zwar wiederholbare Dungeons und es gibt die Währung Dungeon Schlüssel die Dungeon Schlüssel findet man nur bei Quests das heißt man geht in die verschiedenen Zonen sucht sich dort die Quests aus und sieht dann jetzt zum Beispiel hier so viel Gold bekomme ich so viel Erfahrung und ab und zu ist da auch so ein Dungeon Schlüssel und wer eben Bock auf die Dungeons hat nimmt sich eher die Quests mit den Dungeon Schlüsseln und bekommt dafür vielleicht weniger Belohnung von Gold und Erfahrung und die anderen entscheiden sich eben anders so dann hat man eben die Dungeon Schlüssel die sammelt man sich an da kann ich mir auch tausend ansammeln wenn ich Lust habe und dann gehe ich jetzt in die Kanalisation des Grauens in New Yorkshire trete gegen den ersten Gegner an das ist die verfaulte Kanalratte über die Gegner haben wir uns noch nicht so Gedanken gemacht aber sage ich jetzt einfach mal und die ist jetzt Level 20 so die besiege ich und wenn ich sie schaffe bekomme ich 100% Erfahrung 100% Gold und wenn ich verliere bekomme ich nur 50% Erfahrung und 25% Gold also ein kleiner Trostpreis sozusagen weil ich einen Dungeon Schlüssel verschwendet habe aber ich bekomme kein Item und die Items in diesem Dungeon sind für jeden Dungeon von diesen 5 ein ganzes Set und wenn man das volle Set hat gibt es einen Bonus wie zum Beispiel 10% schnellere Quest Dauer oder 10% mehr Erfahrung oder 10% mehr Leben irgend so ein Set Bonus dass es sich wirklich lohnt ein gesamtes Set von einem Dungeon zusammen zu sammeln so aber wenn diese Ratte jetzt tot ist kann ich sie nochmal besiegen am Anfang war die jetzt Level 10 beim nächsten Mal wird die dann Level 11 dann besiege ich sie nochmal wird sie Level 12 und so werden die Gegner immer stärker und genauso wird auch die Ausrüstung besser die man dann selber finden kann bei den Gegnern das heißt ein wiederholbares Dungeonsystem und man hat praktisch jeden Tag weil man am Ende dann 5 Dungeons hat wo man hinein kann und jeder Dungeon Gegner immer stärker wird bis zu einem gewissen Grad also im ersten Dungeon ist dann vielleicht bei Level 50 Schluss dann werden sie nicht mehr stärker man kann sie trotzdem wiederholen im zweiten Dungeon bei Level 60 obwohl man selber nur Level 50 ist aber vielleicht hat man irgendwann so gute Ausrüstung dass man die auch schaffen kann ja jetzt habe ich gar nicht so aufgepasst wegen der letzten Quest aber das macht nichts ich freue mich gerade richtig mal wieder über das Thema zu reden weil das ist leider schon ein paar Monate her wo wir dann wirklich drauf gekommen sind ja und Level 50 zu dem Thema wollte ich auch noch kommen was ist am Maximallevel da wird es ja langweilig nein denn es gibt noch eine Währung also wir haben Gold Platin als Premium Währung dann haben wir noch die Dungeonschlüssel und Meisterschaftspunkte die sind praktisch ein Talentbaum also den Talentbaum auf den habe ich jetzt ganz vergessen einen normalen Talentbaum gibt es auch mit jedem Level bekommt man einen Punkt und am Ende hat man dann 50 Punkte die man irgendwo verteilen kann kann ich als es gibt drei Klassen Krieger, Jäger und Zauberer als Krieger kann ich mir zum Beispiel einen Punkt verteilen dass mein Schild 5% mehr Schaden absorbiert für immer oder mehr Lebenspunkte oder genau sind wir da bei den Talenten noch nicht drauf eingegangen jedenfalls soll sich jeder Charakter auch individuell spezialisieren können wenn er drauf Lust hat wo eigentlich jeder drauf Lust haben wird wenn er das Spiel spielt so und genau das sind die Talente die sollen auch ein wichtiger Aspekt sein wo sich die Spieler dann individualisieren können und dann hat man eben die Meisterschaftspunkte wenn ich Level 50 bin und Quests mache erhalte ich statt den Erfahrungspunkten Meisterschaftspunkte dazu die erhalte ich schon von Level 1 bis 50 auch allerdings in geringerem Ausmaß und dann eben weil es keine Erfahrungspunkte gibt gibt es die Meisterschaftspunkte und dann kann ich mir zum Beispiel da hat man auch so einen Baum praktisch oder wie so ein Schachbrett mit verschiedenen Feldern und da kann man verschiedene Sachen hochleveln zum Beispiel Stärke einfach was ganz normales Stärke plus 1 Stärke plus 2 Stärke plus und nochmal der Schild Nagelschild des Verkehrs von 17 auf 27 cool aber hätte auch ruhig ein anderes Epics sein können 10 Dungeons 3 Epics gut das geht ja genau und dann hat man eben die Meisterschaftspunkte und wird dann trotz Level 50 noch immer stärker aber es gibt auch andere Sachen die man aufpushen kann wie zum Beispiel die gewonnenen Erfahrungspunkte plus 1% oder das gewonnene Gold bei der Arbeit plus 1% dann plus 2% plus 3% und das kostet dann immer mehr Meisterschaftspunkte so dass man wirklich das wäre dann drauf ausgelegt also wir haben so in etwa geplant man soll in einem Jahr Level 50 werden und dann für die richtigen Hardcore Spieler dann 2 Jahre darauf alle Meisterschaften also man wird dann dadurch durch die Meisterschaften nicht viel zu stark aber doch stärker und bekommt irgendwelche coolen Boni die sonst niemand hat oder zum Beispiel dann irgendwas extrem cooles was man dann für 100.000 Meisterschaftspunkte freispielen kann die doppelten Dungeon Schlüssel pro Tag oder irgend sowas also da waren unsere Ideen das war grenzenlos wir hatten da so viele Sachen ja und dann schon langsam ging es wirklich ans Eingemachte wir haben angefangen wirklich Grafiken zu machen wir wollten das Spiel drauf basieren so wie die ganz alten coolen Gameboy RPGs Pixel Art nennt sich das und wir hatten da sogar schon eigene Schwerter und ein paar Sets gezeichnet die gar nicht mal so übel aussehen ja und dann kam es eben so wie sieht es aus mit Sicherheit kann das Spiel dann gehackt werden ich meine programmieren ist ja nicht so schwer wir hatten noch dazu vor also es gibt ja so viel wie gesagt ich könnte 20 Stunden über das Spiel reden wir hatten vor das Spiel auf der Technologie HTML5 zu basieren das heißt man kann es sowohl von Handys von Tablets von schlechten Notebooks überall spielen man braucht kein Flash HTML5 das hat schon alles das hat sogar manche Kühlschränke können HTML5 das heißt das Spiel soll überall von Haus aus funktionieren ohne irgendeine App ohne irgend ohne irgendwas einfach es soll von Haus aus so funktionieren schauen wir uns mal einen Kampf an so genau und das war so überhaupt dann noch eines der Merkmale dieses Spiels was uns auch sehr wichtig war ja dann sind wir aber drauf gekommen Sicherheit Systemlücken dann vielleicht entwickeln Leute irgendwelche automatisierten Programme oder hacken das Spiel und da geht es ja auch um echtes Geld die Bezahlungsabwicklung brauchen wir vielleicht sogar irgendeinen Rechtsanwalt der uns die AGBs schreibt und hier und da und es kam einfach so viel dazu dann vielleicht Server da kennen wir uns auch nicht so aus und im Endeffekt wäre das zu heftig gewesen und da hätten wir uns alle viel zu sehr einschränken müssen in dem was wir so machen wir hatten so gedacht jeder macht nebenbei einen Tag pro Woche eben für das Browser Game dann wenn es wirklich so was wird aber es war einfach dann irgendwie kamen zu viele Dinge dann auf die uns irgendwie daran gehindert haben wo wir dann ein schlechtes Gewissen hatten oder eben ja schön langsam daran gezweifelt haben auch ein bisschen also die Idee das Konzept einfach genial aber dann die Hintergründe dann der Support wenn wir dann wirklich massen an Spieler anziehen oder es reichen ja schon mal 10.000 Spieler sagen wir mal sagen wir ja 5.000 um realistisch zu bleiben da treten Fehler auf die haben eine Supportanfrage dann ist das bei der Bezahlung schief gegangen wir sind ja nur drei Leute wir hatten nicht vor irgendwie jetzt das irgendwie ganz groß zu machen wir wollten es wirklich klein belassen und wenn es was wird dann wird es was wenn nicht dann nicht hat es Spaß gemacht ja Support und einfach solche Sachen die dann alle noch aufkommen und dann im Endeffekt sind wir noch drauf gekommen okay wir haben das Spiel jetzt und man kann eigentlich alles kostenlos machen aber wir wollten eben nichts machen irgendwie wo man wirklich sehr viel zahlen muss und so weiter und dann sind wir drauf gekommen hm vielleicht müssen wir das noch mit Echtgeld machen und das und so kam es dann immer mehr dass wir mal gesagt haben jetzt ja pausieren wir das mal es ist zwar ziemlich schade weil ich wenn ich hätte ich würde dieses Browser Game so gerne spielen wenn es das gäbe aber es gibt es nicht wir hatten sogar Attribute wir hatten Attribute die Standardsachen und dann gab es noch was Abhärtung und jede Klasse hat dann also der Krieger hat dann wieder der Krieger hat Abhärtung genau so haben wir das genannt der Jäger hat Gewandtheit und der Zaubererresistenz und so kann man auch mit den Widerständen ein bisschen spielen und dann gibt es vielleicht Items die sehr viel Widerstandskraft haben also gegen die Zauberkräfte von Magier und dann Set Items die sehr viel das haben Inventargröße von genau da wollten wir auch Echtgeld ein bisschen hineinspielen Inventargröße von 50 am Anfang und dann kann man sich jeweils 10 Plätze für am Anfang Gold und danach für Platin dazukaufen also man soll so richtig die ganzen Set Items sammeln so richtig richtig cool sammeln die Items sehen alle cool aus und ja das war so das war so der Plan ich oh mein Gott ich liebe die Idee dieses Spiels einfach nur so sehr dass ich am liebsten sofort jetzt spielen würde aber es ist nicht zu unterschätzen sowas also ein Spiel zu programmieren das ist nicht eben mal von heute auf morgen gemacht noch dazu dass es wirklich fehlerfrei läuft und gut aussieht aber da in dieser Phase wo wir über dieses Browser Games auch immer Meetings wir haben wirklich Meetings geführt und das war mit Agenda ausgeschrieben und dann ein Protokoll alles dokumentiert aber da habe ich wirklich meine Liebe dazu entdeckt Spieleideen zu entwickeln also vielleicht finde ich ja mal nebenbei was wo ich irgendwo arbeiten kann und meine Spieleideen da raushau also das wäre schon echt geil weil ich habe nicht nur jetzt für Browser Games auch für andere MOPGs und so weiter so verschiedene Systeme einfach die für die Langzeitmotivation sorgen also allein wie wir uns dieses Meisterschaftensystem da überlegt haben wo man dann noch jahrelang weiterspielen kann obwohl man am Maximallevel ist also ja ziemlich schade also vom Kriegertagebuch habe ich heute nicht viel mitbekommen Hauptsache ich bin im Level gestiegen Level 28 habe 11 Dungeon Etagen 245 gewonnene Kämpfe 204 Abenteuer 47 Arbeitsstunden und auch geworbene Freunde ab 12 bringt das aber nichts mehr Ziel habe ich noch keines erreicht da bin ich noch ein bisschen entfernt aber ich denke mal bald können wir den ich glaube naja wann ich glaube ich starte ihn sobald ich Level 50 bin dann kann ich ihn auch starten unseren ersten Raid denn wir haben ja einiges vor 5 Raids sollen es werden ja also ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen in Erinnerungen schweben aber ich bereue ich bereue es auf jeden Fall nicht und auch wenn wir jetzt gesagt haben ja das wird nichts wir lassen es mal vielleicht in 10 Jahren wenn es dann noch Browser Games gibt oder irgendwie so wir verbrennen die Dokumente nicht oder so aber es wird jetzt erstmal nichts aber es war auf jeden Fall allein die Meetings es hat immer so viel Spaß gemacht und dann sind wir auf das Problem gekommen wie machen wir die Dungeons wiederholbar und dann auf einmal kam diese Idee einfach der Dungeon Gegner wird einfach jedes Mal stärker um ein Level und wir haben das so gefeiert einfach nur diese es waren so richtige Meilensteine die wir dann hatten und wir haben jedes Problem gelöst dann irgendwie ja also das Konzept wir haben es noch da mit so ganzen Dokumenten alles aufgeschrieben und es ja vielleicht kam es mal um so jetzt und vielleicht nimmt diese Idee auch jemand ich würde mich freuen wenn ich so ein Spiel spielen könnte wäre echt genial ja das war das Kriegertagebuch liebes Tagebuch ich hoffe das war gerade nicht zu unstrukturiert und du hast ein bisschen was mitbekommen von der Idee hier ansonsten hau rein und jetzt Zauberspruch der geilsten Browser Games die die Welt von Spielern für Spieler irgendwann nur entwickelt hat die Welt für sie schluss 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 schluss